Willkommen bei Haru's Erfinderköpfli. Schon wieder ein Joghurt fertig gegessen. Wir entsorgen es fachgerecht. Der Deckel aus Aluminium kommt in die Aluminium-Sammlung und der Becher in den Eimer. Ja, der Eimer füllt sich und füllt sich nur mit diesen Joghurtbechern und wir bezahlen ja mit der Sackgebühr die ganze Entsorgung. Das muss nicht sein, denn mit einem kleinen Trick kann man diese Becher, die hier gut einen halben Sack füllen, platzsparend entsorgen. Was wir dazu brauchen, sind Power Strips zum Beispiel von Tesa und ein festes Joghurtbecherlein hier. Wir kleben auf der Unterseite dieses Power Strips an. Es hat hier eine Markierung, die man wieder sehr gut wegbringt. So, und ziehen das hier ab. Diesen Becher montieren wir hier hinten kräftig an. Und nun können wir ein Joghurt nach dem anderen essen. Es werden immer mehr Joghurt gegessen, gegessen und hineingestellt. Das spielt jetzt keine Rolle. Wenn es nun darum geht, den Abfalleimer hinauszustellen, greifen wir einfach diese Becher und können sie seitlich hier hinunter drücken und jede Menge anderen Abfall mit entsorgen. Abfalleimer. Abfalleimer.